Hey Leute, es ist mal wieder Zeit für ein Umstyling-Video, denn Mara und Elli hatten am gleichen Tag Geburtstag und ja, jetzt brauchen sie natürlich neue Outfits und ja, wie ihr sehen könnt, haben wir heute kein Familie Reus Gameplay-Video geschafft, denn ich habe ja in der letzten Folge erwähnt, dass ich noch einige Dinge zu tun habe und ich habe es gerade mal geschafft, diese Umstylings und die Umgestaltung der Zimmer zu schaffen und noch nicht viel mehr, was ehrlich gesagt auch daran lag, dass dann, also ich hatte angefangen, an dem Hotel noch weiterzubauen, also an Elias Hotel und dann ist mein Spiel abgestürzt und dann dachte ich mir so, ja, okay, dann halt nicht. Aber ich sollte jetzt hoffentlich über das Wochenende ein bisschen mehr Zeit haben, ich habe ein bisschen freie Zeit gerade und ich muss mal gucken, ob ich da die Zeit in Sims investiere oder ein bisschen was anderes mache, aber ja, da kommt auf jeden Fall was, so mit der Zeit noch, habt einfach Geduld mit mir. Aber ja, wir gestalten hier gerade erst mal Mara um, denn Mara ist jetzt eine junge Erwachsene, sie hat ihre Schule abgeschlossen, sie würde bald studieren gehen, da bin ich auch mal noch gespannt, wie viel ich da irgendwie noch vorbereiten kann. Aber sie hatte ja als Teenagerin so kurze, glatte Haare, die jetzt so ein bisschen, ja, Ohrhöhe ungefähr waren und ich habe mich dazu entschieden, dass sie einfach ihre Haare ein bisschen länger wachsen lassen hat, also dass sie halt einfach ein bisschen rausgewachsen sind, aber sie weiterhin sehr glatte Haare hat. Das ist so eine Showtime-Frisur, die ich noch nie wirklich verwendet habe, aber ich dachte, für Mara wäre das doch eigentlich meine Idee und ich möchte mich auch so ein bisschen dazu bringen, dass wir vielleicht öfters mal am Look unserer Sims etwas ändern, also dass sie nicht ihr gesamtes Leben lang, sobald sie junge Erwachsene geworden sind, gleich aussehen, sondern dass wir da vielleicht auch über den Verlauf ihres Erwachsenenlebens ein bisschen dran arbeiten. Vielleicht könnt ihr mich dann auch hin und wieder in den Kommentaren irgendwie dran erinnern, so hey, möchtest du nicht mal vielleicht eine andere Frisur ausprobieren, paar neue Outfits oder sowas und vielleicht noch ein paar Vorschläge machen, was ihr gerne sehen würdet, weil ich habe auch immer so ein bisschen die Befürchtung, dass ich mit Sims, die so einem bestimmten Typ entsprechen, wie jetzt zum Beispiel Mara auch, dass ich sie in eine sehr ähnliche Richtung gestalte und ich das da so versuchen möchte, das ein bisschen zu vermeiden, weil Mara fällt für mich wieder so ein bisschen in diese Sophia-Amelie-Kategorie, wie halt eben auch die vorherigen Sims, halt sportlich und eher so ein bisschen bodenständiger und ja, ich habe halt auch nicht so viel Ahnung von Kleidung und von Stilen und von so Sachen, dass ich jetzt halt irgendwie wüsste so, ah ja, ich kann mal den Style ausprobieren und es ist halt immer noch Sims 3, es ist ein relativ altes Spiel, was so Mode angeht. Deswegen, wenn ihr da irgendwelche coolen Ideen habt, lasst es mich auf jeden Fall wissen, wenn ihr, wenn euch da irgendwas zu einfällt. Aber an sich mag ich ihren Stil eigentlich schon ganz gerne. Ich fand es mal ganz cool, so diese, ich weiß nicht genau, diese Fledermausärmel, glaube ich, heißen die, auszuprobieren bei ihr, weil die nutze ich eigentlich nie wirklich, aber ich fand es irgendwie mal eine ganz interessante Idee für Mara und ich habe sehr viel Violett verwendet bei ihr, ist ja auch ihre Lieblingsfarbe, aber normalerweise gehe ich da nicht so extrem drauf, aber bei Mara fand ich das eigentlich mal ganz cool. Wir haben hier auf jeden Fall, wie immer, wie ich das mache, bei den Alltagsoutfits für verschiedene Wetterverhältnisse-Outfits, also eher kürzere, wie das jetzt hier für den Sommer, aber auch ein bisschen wärmendere, weil ich meine, wenn sie an die Uni gehen wird, ist da ja dauerhaft gutes Wetter und Sonnenschein, deswegen wird sie da ruhig auch in kürzerer Kleidung rumlaufen können und ja, habe auch ein bisschen mit Accessoires, also mit Ringen und Ketten und Schmuck und so ein bisschen rumprobiert, weil auch das habe ich nicht unbedingt immer gemacht. Und ihr habt vielleicht zwischendrin kurz ein Outfit gesehen, wo ich halt irgendwie mit Strumpfhosen rumprobiert habe und mit großen Stiefeln, aber das hat mir nicht so gefallen. Also ich habe da sehr viel rumprobiert und da sehr viele so Probiermomente rausgeschnitten, sodass das Video nicht ganz so lange ist, aber sehr viel bei mir in Create a Sim ist ja doch einfach nur quasi mein Sims alles einmal anziehen und gucken, wie es passt, ob ich es irgendwie fühle für den Sim. Und genau, das ist jetzt nicht unbedingt was, was man sich die ganze Zeit angucken muss, vor allem, weil ich auch viele Storenhalte habe und dann gehe ich halt einmal die ganzen Storenhalte durch. Das ist jedes Mal wieder derselbe Prozess, deswegen finde ich Create a Sim auch immer ein bisschen lästig, aber das ist halt trotzdem irgendwie meine Methode. Und ja, sie trägt auch ein bisschen Make-up, also sie hat in den meisten Outfits, wo sie Make-up trägt, ein eher dezenteres Make-up und hier jetzt beim Abendoutfit bin ich aber schon auch so ein bisschen mehr All-Out gegangen mit so dunklerem pinken Lippenstift und mit grünem Lidschatten, einfach um das ein bisschen mehr zu betonen, fand ich eigentlich ganz gut für sie. Und ja, dann hier für die Schlafkleidung zum Beispiel einfach so ein bisschen ein größeres Hemd. Fand ich eigentlich auch ganz gut, auch mit der Musterung. Ja, ich hatte ein bisschen Spaß mit den Musterungen, fand ich. Also ich habe da zumindest versucht, mal so ein bisschen was anderes zu machen als sonst, weil manchmal habe ich auch das Gefühl, ich mache da immer wieder das Gleiche. Beziehungsweise halt, das Ding ist ja, ich spiele Sims 3 schon sehr, sehr lange. Nicht ganz seitdem es raus ist, aber ungefähr so in die Richtung. Und habe halt schon sehr viele Dinge auch oft gemacht. Jetzt zum Beispiel auch hier bei Familie Reuss haben wir ja Sachen schon viel gemacht, aber halt auch vorher habe ich ja schon Dinge ausprobiert und mit Dingen gespielt oder auch mit privaten Haushalten parallel. Und versuche da halt irgendwie immer wieder neue Dinge auszuprobieren und immer wieder halt irgendwie zu sagen, so ja, okay, das habe ich schon mal gemacht, das kommt mir bekannt vor, probieren wir doch mal irgendwie ein anderes Muster aus, probieren wir mal ein anderes Outfit aus. Und genau, deswegen, das ist halt immer ein bisschen eigenartig vielleicht, das zu sehen und sich zu denken, so ja, warum machst du nicht einfach das? Und ich mir denke so, ja, aber das habe ich halt schon mal gemacht. Ist halt irgendwie dann auch langweilig für mich, Sachen immer wieder gleich zu machen. Und trotzdem erwische ich mich trotzdem wieder dabei, dass ich Sachen gleich mache. Das ist dann aber halt auch keine Absicht, aber was will man tun? Ich meine, manchmal hat man ja auch Präferenzen bei bestimmten Dingen, wie zum Beispiel sportliche Frauen, keine Ahnung, in meinem Gameplay, scheint es halt irgendwie so ein Ding zu sein. Ich weiß auch nicht, wieso. Nicht, dass ich eine sportliche Frau wäre, aber meine Sims sind das scheinbar. Naja, genau. Aber apropos sportlich, ich habe ihr auch versucht, ein passendes Sportoutfit zu geben, denn zum einen schwimmt sie gerne, sind wir auch hier bei ihrem Badeoutfit, ich fand da diesen Badeanzug sehr passend für und sie macht ja auch gern Kampfkunst, sie macht auch Ballett ganz gerne, also halt jetzt nicht so ein Jogging-Sportoutfit ihr zu geben, sondern halt eins, was für diese Sportart ein bisschen besser passt. Also bei Kampfkunst hat man ja sowieso sein eigenes Outfit, aber für Ballett und sowas halt eher so ein bisschen in die Richtung, ein bisschen körperbetonter, war so ein bisschen die Idee. Ja, und dann haben wir hier auch noch ihre Winterkleidung. Ja, fand ich ganz cool. Ich fand es ganz cool, sowohl bei Mare als auch bei Ellie ihnen Frisuren mit Mütze geben zu können für die Winterkleidung, weil das funktioniert nicht immer, je nachdem, was für eine Frisur ich für die Sims auswähle. Aber hier waren es tatsächlich bei beiden Frisuren, wo es auch passende Hutfrisuren gab. Das ist ja, in Sims 3 hat man das ja so geregelt, in Sims 4 gibt es ja dann den Hut bei jeder Frisur drauf, wobei das auch nicht unbedingt immer besser ist, weil je nach Frisur ist sie dann auch einfach in die Mütze reingesteckt und sieht halt auch nicht besonders toll aus. Aber naja, hat alles so seine Vor- und Nachteile, dieses Thema. Und ja, genau, das sind Maras neue Outfits. Genau, ich habe hier, glaube ich, dann nochmal wieder die Jacke gewechselt, weil sie mir doch nicht so ganz gefallen hat. Und ich fand die hier besser, vor allem, weil halt dieser, der, ähm, die Struktur von der Mütze passt halt besser zu dem Pulli unter der Jacke, bei dieser, mit der Jacke, falls ihr versteht, was ich meine. Ähm, ja. Deswegen haben wir das einmal nochmal getauscht und bin so ganz zufrieden eigentlich mit Mare. Aber sie hat so ein bisschen, äh, einfacher vom, vom Stil her so. Also jetzt nichts irgendwie besonders ungewöhnliches, wie ich finde. Dann kommen wir zu Ellie. Und, äh, Ellie's Styling gefällt mir total. Ähm, ich bin mal gespannt, wie ihr es so finden werdet. Ich habe ihr eine Kurzhaarfrisur gegeben. Erst hatte ich tatsächlich die gleiche Frisur, die ich hier, ähm, Ellie gebe, schon bei Mara überlegt und mir gedacht so, hm, nee, irgendwie sehe ich die mehr bei Ellie. Und ich habe hier auch mal bunte Haare ausprobiert für sie. Aber sie ist ja jetzt gerade, sie ist eine Teenagerin geworden, sie ist vielleicht 13 oder sowas. Und da dachte ich mir, so muss sie jetzt vielleicht noch nicht sofort ihre Haare färben. Aber das wäre auf jeden Fall was, woran ihr mich erinnern könnt, dass wir mit der Zeit vielleicht ab und an mal, ähm, Ellie's Haare färben. Dass sie, ähm, da mal so ein paar verschiedene Farben ausprobiert. Weil ich fand jetzt zum Beispiel die blauen Haare richtig cool an ihr. Aber erstmal bleiben wir bei ihrer natürlichen Haarfarbe. Und ich bin so froh drüber, dass ich ihre Haare zu schwarz geändert habe, halt von Elias, weil ich finde, das sieht so cool aus an ihr. Ähm, ich habe so viele Sims, die braune Haare haben und ich finde, ich brauche mir Sims mit schwarzen Haaren. Deswegen, ähm, bin ich da sehr glücklich drüber. Und ich habe ihr außerdem eine Brille gegeben. Ich weiß gar nicht, ob wir da mal so bei Familie Reuss drüber geredet haben, dass Ellie eine Brille tragen wird, wenn sie älter ist. Aber ich glaube, ich habe noch nicht wirklich Sims, ähm, in Familie Reuss eine Brille gegeben. Oder wenn, dann weiß ich es zumindest nicht mehr. Und, äh, ich trage selber eine Brille und ich denke viel zu selten daran, meinen Sims auch mal eine zu geben. Und, äh, ja. Deswegen trägt Ellie ab sofort eine Brille und braucht eine Brille, um ordentlich sehen zu können. Ähm, das ist jetzt beschlossene Sache von mir. Und, ähm, ja. Sie hat eine hübsche rote Brille. Ich finde, die steht ihr sehr gut. Und ich mag auch ihre Outfits. Ihre Outfits sind auch so ein bisschen, ähm, einfacher gehalten von der Art her, finde ich. Also vor allem hier das Erste ist, ähm, wirklich einfach nur ein Base Game Top mit, äh, dieser coolen Hose. Ich mag total diese Hose. Die ist, glaube ich, auch aus Showtime und die Schuhe. aber die, die wirkt halt sehr, sehr simpel. Und, äh, das passt ganz gut hier. Und sie trägt immer ganz süße Ohrringe. Also ja, wie gesagt, ich mag ihren Look total. Ähm, bin ein Fan von Ellie's Look. Und auch sie kriegt natürlich drei verschiedene Outfits. Sie trägt, glaube ich, nur in ihrer Abendkleidung Kleid. ansonsten ist sie nicht so ein Riesenkleid-Fan. Aber ich mag dieses Outfit hier sehr gerne. Ähm, denke ich mal, vielleicht auch so ein bisschen inspiriert von ihrem Freund Ishiro, der ja auch, ähm, unser, unser Emo-Boy ist, den wir, den wir mögen. Also ich mag ihn zumindest. Aber ja, die, die sind ja befreundet und, äh, vielleicht sind sie da einmal gemeinsam irgendwie Kleidung shoppen gegangen und dann hat er das vorgeschlagen. Und, äh, ich finde, das, das steht ihr auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Und ihre Lieblingsfarbe ist ja eigentlich braun, wenn ich mir nicht irre. Und das habe ich jetzt nicht so sehr in ihre Outfits, äh, eingebaut, weil, ähm, hm, nicht so mein Fall, äh, meine Sims in braun zu kleiden. Braun ist so die Farbe, die ich am wenigsten mag, aus diversen Gründen. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall versucht, da so ein bisschen unterschiedliche Farben reinzubringen. Hier bei dem violetten Top dachte ich mir, dass das vielleicht von Mara ist. Ich meine, äh, Mara hatte nie so ein Outfit mit diesem Oberteil, aber ich fände das trotzdem irgendwie eine ganz süße Idee, ähm, dass das vielleicht von ihrem Kleiderschrank ist und jetzt, äh, Elli, dass das Oberteil bekommen hat, weil es irgendwie Mara nicht mehr passt oder so. Und genau, hier bei der Abendkleidung habe ich ihr dann tatsächlich ein Kleid gegeben. Ich muss sagen, ich gebe den Sims da meistens ein Kleid, weil mir die anderen Optionen bei der Abendkleidung einfach nicht gefallen. Also wir haben da halt relativ wenig Auswahl, gerade bei Teenagern sind die Kleider halt doch irgendwie am besten. Und ich mag ihr Kleid. Das ist auch eher ein bisschen, ähm, ein unauffälligeres Kleid. Also das Kleid selber, das Muster ist eigentlich ziemlich auffällig. Hier in so Lavafarben schon fast, ähm, also schon ein bisschen knalliger, aber dann hat sie halt einfach so ein, so einen bequemen Pulli drüber gezogen, weil, ähm, Elli, denke ich mal, auch bequeme Kleidung so ein bisschen mehr im Herzen liegt. Und genau, hier noch eine Strumpfhose und einfache Schuhe darunter und ich finde, das sieht sehr, sehr süß an ihr aus. Ähm, ja, lasst mich gerne wissen, wie ihr so die Outfits von den beiden findet, was ihr so für Ideen habt für, für Outfits, für zukünftige Umänderungen der Outfits vielleicht auch. Aber bisher mag ich auf jeden Fall die, die Sachen, die ich hier ausgewählt habe, sehr gerne für die Sims. Die werden wir auch erstmal ein bisschen behalten. Aber wie gesagt, ähm, ich hab da auf jeden Fall nichts gegen, vielleicht auch mal so ein paar Änderungen vorzunehmen. Ah ja, und ich hab Mara auch, ähm, so Hunde, Hausschuhe gegeben für die Schlafkleidung. Das fand ich sehr süß. Während, äh, Elli hier halt einfach so ein Hundeshirt bekommt man zum Schlafen. Damit beide so ein bisschen ihre Liebe für die Hunde, die wir jetzt in der, in der Familie haben, ausdrücken können. Das fand ich sehr schön. Äh, ja, ähm, zum, zum Schwimmen trägt sie halt auch einen Top und eine, und eine Schwimmhose. Das fand ich ganz gut für sie eigentlich. Und, ähm, genau, bei ihr hatte ich dann sogar noch die Option, hier ein, ein Arbeitsoutfit festzulegen. Das kann man mit, mit dem, äh, Master Controller Stylist. Da gibt es manchmal die Option, dass man dann ein Arbeitsoutfit festlegen kann. Ich weiß jetzt nicht, warum spezifisch für Elli, aber ich dachte, gebe ich halt einfach noch ein weiteres cooles Outfit. Warum nicht? Ich hatte sowieso überlegt, dieses, ähm, dieses Kombi-Outfit zu verwenden für sie und dann, weil man hat ja nur drei Optionen, kann ich einfach noch ein weiteres Outfit für sie gestalten. Und ich meine, schadet ja nicht. Genau, das, das war so der Gedanke dahinter. Und, genau, dann haben wir noch die, ähm, die Outdoor-Kleidung. Da habe ich hier was gegeben, was jetzt nicht ganz so wärmend ist. Also halt diese, diese Jeansjacke. Klar, vielleicht ein paar Schichten, aber trotzdem stelle ich mir das nicht ganz so wärmend vor, vor allem, weil das halt irgendwie nur so, nur so ein Dreiviertelarm, Dreifünftelärmel ist. Ähm, ja, aber fand ich trotzdem irgendwie ganz passend für sie. Nein, ich bin ganz zufrieden mit Ellie. Ähm, ich bin sehr gespannt, wo, wo sich unsere beiden Sims so hin entwickeln werden und, äh, was wir mit denen auch so machen werden. Das wird ja auch alles so ein bisschen hin und her laufen, gameplaymäßig, weil wir mit Mara ja parallel noch studieren werden und so. Ähm, das heißt, wir werden Ellie auch für eine Zeit lang nicht so wirklich viel sehen und dann doch wieder mehr und dann gucken wir mal, wie wir, wie wir das Ganze gestalten werden. Aber ich freue mich sehr auf das Gameplay. Es ist halt nur ein bisschen Vorbereitung notwendig, halt eben für, für den Strand und für das Resort und für die Uni, dass ich da halt noch ein bisschen baue. Deswegen kann es sein, dass in der nächsten Zeit vielleicht ein paar Mal nur eine Folge in der Woche kommt oder so, damit ich die, die Zeit nutzen kann, um ein bisschen mehr zu bauen. Ähm, weil ansonsten weiß ich nicht genau, wie ich das zeitlich hinkriegen soll. Äh, ja. Und, und Hausbau-Videos würde ich ja eigentlich auch gerne machen, aber, äh, die sind auch noch ein bisschen zeitintensiv. Ich hoffe ja auch, dass das Video heute jetzt am Freitag rauskommt, wo ich es jetzt auch geschnitten habe und, und, äh, kommentiere und sowas und nicht erst am Samstag. Ähm, aber es ist schon halb eins. Und, äh, weil das hat halt jetzt schon so den Vormittag gebraucht zu schneiden und sowas. Okay, ich meine, Vormittag ist viel gesagt. Ich bin spät aufgestanden heute. Ähm, aber, ähm, ähm, ja, das ist, ne, das kostet natürlich auch alles Zeit hier und, äh, da, da gucken wir mal, wie gut das klappt. Aber wie gesagt, ich freue mich sehr aufs Gameplay und ich finde das auch irgendwie das Wichtigste für mich an Sims, dass ich Bock habe, dass ich, äh, Lust drauf habe, weiterzuspielen, dass ich mich drüber freue und Spaß mit den Sims habe. Und dann kommt der Rest halt schon auch noch irgendwie. und zur Not spielen wir halt mit der Standard-Uni und nicht mit einer, wo ich ein bisschen rumgebastelt habe. Aber ich glaube, damit könnten wir auch leben. Äh, aber ich hätte, ich hätte halt gerne so ein paar Änderungen. Wir schauen mal. Wir schauen einfach mal. Ähm, ja, aber hier seht ihr, dass ich Ellies Zimmer noch ein bisschen umgestaltet habe. Ähm, bei Mara habe ich, glaube ich, nicht wirklich was verändert. Ähm, weil, ja, von ihrer Teenager-Zeit jetzt, vor allem, weil sie ja auch erst mal studieren geht. Ich denke mal, entweder wird sie dann auch irgendwann ausziehen relativ bald oder wir machen die Änderungen so wirklich halt auch erst mit dem Studium oder nach dem Studium so richtig, dass sie ja da auch so ein bisschen, ja, ihre Persönlichkeit mehr findet, so in der Richtung. Und, äh, Elli habe ich halt ein paar so kindlichere Sachen entfernt und dafür einen neuen Schreibtisch hier gegeben und ein größeres Bett. Und ich habe auch das Chemielabor entfernt und habe dann ein bisschen was anderes in die Ecke gepackt, aber dann fiel mir auf, dass man eigentlich auch mit Teenagern das Chemielabor benutzen kann. Das wusste ich gar nicht wirklich vorher. Ähm, weiß ich nicht, ob wir das machen wollen, weil eigentlich hatte ich ja so ein bisschen andere Sachen mit ihr vorgesehen für ihre Teenager-Zeit, aber so wirklich viel haben wir mit dem Chemielabor ja auch noch nicht gemacht. Äh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob wir das noch weiter fortführen wollen. Wir schauen einfach mal, wie wir da irgendwie noch die Zeit für finden werden. Ähm, aber ja, das, das soweit zu dem Raum. Also ich habe auf jeden Fall ein kleines Hundebettchen in den Raum gepackt. Äh, wir haben hier auch, äh, Hundebettwäsche auf dem Bett. Also, sie ist ja jetzt ein Tierfreundin geworden. Ich denke mal, dass sie da gerade total in der, in der Hundeliebe auch aufgeht. Aber sie wird definitiv auch noch andere Tiere haben und, und, Liebe für andere Tiere als nur Hunde zeigen im Laufe ihres Lebens. Aber jetzt ist natürlich so total der Fokus auf die Hunde, vor allem auf die kleinen Welpen, die wir haben. Ja, ähm, das ist doch sehr schön eigentlich. Und genau, ich mag auch die Schreibtischecke hier total gerne. Hier ist auf jeden Fall auch Platz für einen Laptop, dass, ähm, Elli auch da noch so ein bisschen was machen kann. Wobei, ähm, ja Mara jetzt einen Laptop hat. Vielleicht könnten wir Elli auch einschenken demnächst. Ihr habt sowieso auch ganz coole Ideen für, ähm, für Geburtstagsgeschenke für die beiden gegeben. Das muss ich auf jeden Fall beim nächsten, bei der nächsten Folge auch noch irgendwie umsetzen und, und, und anfangen und so. Ähm, weil das, das fand ich sehr cool. Daran hab ich noch gar nicht wirklich gedacht, weil ich geb meinen, meinen Sims meistens nicht so ausgedehnte Geburtstagsgeschenke. Ich guck halt immer einfach, ob sie irgendwas im Inventar haben zum Schenken. Aber, ja, find ich, find ich alles gute Ideen. Ich freu mich immer, wenn ihr irgendwelche Ideen bringt und irgendwelche Vorschläge macht und Sachen, die wir machen können. Ähm, das, das ist immer ganz gut. Genau, und hier kommt das Hundebettchen rein. Ich weiß noch nicht, für welchen Hund. Äh, vielleicht können die Hunde sich das auch so ein bisschen aussuchen, wer wann irgendwie in das Hundebettchen da von Elli. Sowieso aktuell, die Welpen noch nicht, die kommen ja noch nicht über die Treppe hoch. Aber es ist schon mal schön, hier eins zu haben. Und, äh, ich wusste auch nicht so wirklich, was ich sonst mit der Ecke machen soll. Und da fand ich das sehr passend. Ähm, ja, und dann haben wir da auch noch so ein bisschen, ein bisschen Licht, ein paar Spielzeuge und auch noch ein klein, eine kleine Sitzmöglichkeit. Und, ja, ich bin auch hier mit dem Raum ganz zufrieden. Ich merke, dass ich so die Wände einfach beibehalten habe und das halt einfach nur so ein bisschen jugendlicher gestaltet habe. Und an sich, ne, ist sie ja auch gerade erst eine Teenagerin geworden. Das heißt, sie ist jetzt noch nicht irgendwie 16, 17 oder sowas, dass sie eher in die erwachsene Richtung geht. Sie ist ja eher so in der Übergangsphase, so Teenager-Zeit halt. Deswegen habe ich natürlich auch noch so ein paar Spielmöglichkeiten da behalten. Also halt so ein paar Plüschtiere und so. Ähm, die süßen, ähm, die süße Eisenbahn auf dem, auf dem Bücherregal zum Beispiel. Und ja, jetzt wird hier noch ein kleines bisschen weiter dekoriert. Und dann war das auch schon dieses Video. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich vielleicht bis nächsten Montag die nächste Folge, äh, fertig habe und euch dann, äh, zeigen kann, dass wir ein bisschen weiter spielen können. Aber wenn nicht, wisst ihr, montags oder freitags irgendwann geht's weiter, wenn ich halt dazu gekommen bin. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf, auf die nächste Generation von Familie Reuss. Oh mein Gott, so theoretisch. Ähm, es ist immer noch, äh, die jetzige Generation, bis wir halt wirklich so offiziell mit den, mit, mit Ellie weitermachen und so. Aber, ja, da, da kommen auf jeden Fall ganz coole Dinge auf uns zu, würde ich sagen. Und, äh, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen, restlichen Tag. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.